Horrormusik, Horrormusik, sagen, hallo? Eisen! Eisen ist gut, dafür brauchen wir. Also ich habe beim Lavandier-Theme keine Kopfschmerzen gekriegt, aber das ist so nervig nach einer Zeit. Du kennst das auch, wie das existiert ganz. Ja, das nicht, aber trotzdem ist es so. Aber ich hatte damals die grüne Edition. Die wurde ja kurzzeitig verkauft. Jetzt war das nicht nur bei der grünen Edition. Ach, ich habe keine Ahnung von Pokémon. Na, da musst du mich fragen. Pokémon, da kenne ich dich besser aus. Es wird, glaube ich, langsam dunkel. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Eine Spinne nervt mich tierisch auf den Arsch. Jupp. Oh. Autsch. Das nicht wundern, da wo die Kürbisse gleich stehen, da ist Arbeit, ne? Da wird gerade gearbeitet, unser Lager. Das nicht wundern. Möö SPEN-03 demost wird ja nie plywood unter der最近. Masaline klingt viel angenehmer und Masaline ist eine Verbindung zwischen mir und meiner Freundin. Und unseren Nachnamen. Also meinem. Und den sie gerne haben möchte. Sie kriegt ihn aber nicht. Das ist ja so voll geil. Du kriegst ihn aber nicht. Ich hab schon wieder... I is a... LOL, ich hab ne Karotte. LOL. Zombie getötet. Zombie droppen wir jetzt auch Karotten. Das ist geil. Ah, ich hab Eisen gefunden. Das ist geil. Ich hab Eisen hinter unserem Haus gefunden. Eisen brauchen wir. Zwar nicht viel, aber etwas. Scheiß egal. Hauptsache Eisen. Eisendager. Oh, stopp. Achte. Mache die Samen. Dann... Ich brauch wieder ein paar Fackeln. Nein, ich hab... Hier, ich hab noch welche. Und ich hab hier einen Yan-Yan-Katzen. Das glaube ich. Das sind Katzen, ne? Wo denn? Das sind diese Anime-Backen, ey. Das ist für Anime. Ach so. Teile hier. Die sind richtig Anime. Siehst du das? Die haben Anime-Face. Ich liebe diese Anime-Face. So, ich arbeite schon am Lager. Und was fällt mir dazu ein? Was für ein Lied? Das L-A-G-E-R-F-E-W-E. R-L-I-E-D. Und D. Das Lied klingt noch viel besser, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Damm, damm, damm. Dann fahr. L-A-G-E-R-E-W-E. Na, 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 na. Das Lied klingt noch viel besser, weil dann wird es erst zum Hit. Das Lied klingt doch ganz einfach mit. Damm, damm, damm. Und da! Gott. Erkennst du ein bisschen wieder? Nein, nein, ich mach hier Gartenarbeit. Ach so. Ähm. Eisen. globally. Was könnte ich noch machen? Das da? Auuuutsch! Ja, ey, ich will hier durchlaufen und hier ist ein Loch, Mann! Ja, ich möchte hier eine Leiter machen, weil mir ist gerade aufgefallen, Creeper können keine Leitern hochgehen. Ja, ja. Was soll ich meine? Oh, keine kurze Idee dahin zu machen. So. Okay, dann machen wir da eine Plattform hin. So. Zack, zack, zack. Und dann ist das das. Oh, die Kümper haben mich gerade verjagt. Du machst sie dahin! Oh, hab ich nicht nachgedacht. Ach genau, muss ich erstmal hier hochbauen kurz. Jetzt brauchen wir kurz Leitern, aber... Grutze Ducke! Wir haben keine Leitern. Mal gucken, ob ich... Ja, das wird... Doch, doch, Moment. Hier. Hier, hier, hier. Na, warte, ich mach grad selbst. Braucht er nicht viel. Äh, wir gehen das nochmal... So. Sechs sollten reichen, oder? Jaja. Okay, dann komme ich... ...ähh? sogar... Schluck meine Leitern! Schluck meine Leitern! Brauch wieder... Jurgen Sie? Ich werde das Lager jetzt hier noch ausbauen. Ich habe mich gerade erschrocken. Lass das sein, wenn du so. Es schreckt mich immer so, wenn irgendjemand anderem was macht, ne? Ich habe gerade gedacht, der Steiner kommt irgendwas jetzt raus. Baut sich ein Creeper in den Steinen. In Mario World gibt es ja Steine, da kommen Gegner raus, ne? Ich glaube, so weit hast du nie gespielt, oder? Stimmt, wie weit hast du eigentlich Mario-Troll durch? Irgendwo in der vierten Welt bin ich dann stecken geblieben. Oder habe ich nicht mehr weitergemacht? Roman und ich sind so welche Helden, ne? Das LP musst du dir reinziehen, ne? Du wirst es ernsthaft nicht bereuen. In den ersten zwölf Part geht es ganz allein, dass wir uns gegenseitig darum fertig machen, wer zuerst stirbt. Weißt du, sag ich so zu Roman, ne? Hol dir das Leben, ne? Ich hab die Leben nicht nötig. Ja. Aliens jagen, Aliens jagen! Meinst du, dass die Gedanken denken, die wir denken, dass die Gedanken, die sie denken, dass die Gedanken sind, die wir denken? Denkst du das? Ja. Ach, da bist du so für Spinne, ey, komm her. Sau. Ich hab ihn umgebracht! Warum machst du da Holz hin? Ach so. Das sieht von oben, wenn du aus dem Haus gehst, sieht das richtig dumm, äh, scheiße aus. Da ist Holz. Guck mal. Das ist plötzlich so Holz. Warte, das hier können wir überdecken. Ich hab ne Idee, damit das nicht ganz so komisch aussieht, machen wir einfach weg. Holzzinsa. Dann sieht das so aus, so wie ne Art Eingangs-Penis. Komm mal bitte her. Du kriegst das auf den Stein, da? LOL! Es lebt! Vorsicht! Vorsicht! Das ist richtig geil. Warte. Nein, tue ich nicht! Pack's nicht an! Ich hab gehofft, dass das dann weiter macht mit mehr Steinen. Schade. Schmeiß mal einen Stein noch. Warte mal. Gucken, was wir noch mal hinkriegen. Warte. So, und jetzt komm noch mal. Ach, schade. So hat sie mich vorhin geklappt. Das hier machen wir auch noch ein bisschen größer damit, dass hier nicht so eng ist. Ja, ja. Hier bauen wir eh gleich den Weg so nach unten. Am besten lassen wir dann von oben so eine Wasserquelle runtergehen. Ja, ja. Und dann muss ich gleich am nächsten Tag Holz jagen. Äh, Holz jagen. Bäume jagen. Bomus Katastrophus. Was für ein Penis. Boah, ich muss ernsthaft angewöhnen, wenn ich aufnehme, generell auch bei anderen, dass ich das Headset nicht einfach so 0815 auf den Kopf lege, sondern richtig anstecke. Okay, ne? Weil ich überklappe immer mein Ohr. Ja, ja. Weißt du was ich meine? Oh, ja. Das tut ja nach Zeit weh. Ich mein, ich bin Gamer, ich weiß wovon ich rede. Mit 600 Videos. Oh, ja. Aber Gronkh, ne? Da musst du noch ein bisschen... Ach, Gronkh, der geht ja auch nicht arbeiten. Also beziehungsweise schon, aber... Ah, ich komm hier nicht mehr hoch. Du halt... Er arbeitest ja die Videos her, ne? Und ich muss ja acht Stunden am Tag für meinen Meister her, Gall. Ich glaub, das reicht an Größe, ne? Jaja. So, mehr Holz hab ich nicht mehr, oder? Ah doch, vier Holz hab ich noch. Glaub mir, Arbeit ist anstrengend, ne? Ich weiß. Aber ist besser als Schule. Jopp. Von daher... Die Schule ist für die Games. Für die Game-Mods. Ach, ich hab ja noch ganz viel mehr Holz. Noch ganz viel mehr. Da... 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 Ah, es ist Tag! Ah! Ich bin ein Paedo. Oh Luke, wie tief geht der Laserschwert? Wie lang ist dein Laser? Das sieht echt behindert aus. So, machen wir uns erstmal hier ein paar... Holzte? Warum Holz? Nimm doch Stein. Er meinte ja. Sonst geht das ja zehn Jahre, so wie wenn Roman mal das schreibt. Das habe ich ihm selbst gesagt. Roman braucht man nicht so lange. Ja, bis er überhaupt was schreibt. Oh Schafi, du ist ja süß. Dich bringe ich nicht um. Erst morgen. Oh, ich habe dir noch Holz. Ja, ich habe dir auch ein paar gegeben. Ach so. Boah, ich sammle trotzdem noch. Da. Wo bist du denn? Ja, ja. Hinten bei unserer Waldstelle? Boah, ich habe Minecraft lange nicht mehr so flüssig gespielt, ne? Ich hatte ja bei unseren anderen Aufnahmen immer lag, ne? Ich habe ja auch eine lange Zeit nicht mehr gespielt, ne? Wo bist du denn? Ich bin bei unseren Bäumchen, aber da bist du nirgends. Achso, ja, ich sehe dich. Komm gleich. Ja? Hallo. Lo- LOL. lol. Fail. Lo- Lo- LoL. 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 Ich höre ja nur die rosa Pocken. Ich hab schon gedacht, das ist irgendein Bug. warum brenne ich jetzt und dann zündest du dich selbst an ey ich muss mir unbedingt ein Feuerzeug machen bei später TNT dann springe ich die Höhlen aus best was du machen kannst der kann zuerst mal schön creeper töten sobald soll eh Minecraft wieder gepatcht werden ich warte jetzt erstmal bis erstmal die ganzen Mods gepatcht sind ja texture packs ja ja generell weißt was gemacht werden soll Dorfbewohner greifen dich an wenn du die angreifst aber alle auf einmal gleich so wie die Hühner bei Zelda zum Beispiel oder halt Zombie Pigman dann sollen in der in Nether angeblich verfluchte Dorfbewohner auftauchen aber die haben sicher auch wieder kaum einen Nutzen ja soll angeblich irgendwas wertvolles droppen hab ich alles nur so gehört man hört vieles bei Minecraft dann soll es eventuell Tannenbäume geben ja und dann kannst du mich mit Nadel und Leder kannst du ähm dann brauchst du nicht mehr so viel Leder sammeln für eine Lederrüstung dann musst du mit Nadel auf den Dings machen dann kannst du angeblich ausdrücken was du haben möchtest ja ja und dann steht da so du brauchst so drei Einheiten und so aber wer macht sich schon eine Lederrüstung mein Lieber Aliens schlagen Aliens schlagen Aliens schlagen wohin denn zwischen die Beine warum das war so lustig weißt du ich brauche eine neue Axt sonst geht hier gar gar nix jawoll 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 das wird und ja warte mal falsche Stimmlage hallo scharf Marcel ach du bist noch da ja ja keine Ahnung manchmal sind die Leute einfach weg und ich werde immer für dich da sein und mein Schnurbel auch äh ich glaube ich gehe falsch ja ne ich glaube ich gehe falsch also entweder ist das Wasser oder ich gehe Lava ne du bist richtig ich glaube ich habe zu gesehen gerade naja kann gut sein oh willst du wieder Aliens schlagen naja aber ich bin im ich bin in der in der Hütte in der Haus so mein Haus ich hab verdammt viel Holz mach mal páre orchton Achso emPatrick dem naja deine Mutter steht auf Fisch, kein Sex. Warum auch immer, ich verstehe den Satz nicht. Heute Abend gibt es Fisch. Nein, 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 nein. Französisch, Ulla. Griechisch. Bim, 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 bim. Ich habe hier irgendwie... Momentan. Ein Satz in Verwenden mit Masaline. Ähm. Ich habe schon wieder Wolle, ey. Ich habe schon wieder in Schafung gebracht. Hier rein, da rein. Ich pflanze mal ein paar Bordchen. Und haben wir hier ein Woll.